halli hallo ihr lieben willkommen zu einem kurzen update ja wie ihr wisst hier oben die riesen grenadilla die riesen maracuja hier sind normalerweise vier stück immer gehangen und ja jetzt sind es noch drei weil eine ist hier tatsächlich abgefallen schaut euch mal den brummer an ups sorry blüten so das ist noch eine limette die habe ich gerade auch noch gefunden ist auf dem boden gelegen ziemlich gelb für eine limette aber ja das kann schon mal vorkommen auf jeden fall hier mal diese riesen grenadilla die passiv flora alatta ist das daneben und die hat richtig gewicht ist ja fast so groß wie meine hand und die ist richtig schwer die ist jetzt von alleine abgefallen das war auch das ziel und ja wie gesagt hier hängen noch vier ganz hinten im eck da hängen auch noch zwei glaube ich zwei oder drei und ja nur mal zum vergleich wir haben hier noch ja eine fast reife maracuja hängen und ja ich würde sagen ungefähr das fünffache an volumen wenn ich noch noch mehr ja da hinten ist noch eine etwas größere aber trotzdem also massiv das teil ich werde es auf jeden fall oder die die frucht natürlich auf jeden fall aufschneiden und euch teilhaben lassen wie das hier innen drinne ausschaut und wie es schmeckt vor allen dingen sie ist noch richtig hart sie hat hier auch wenige dellen also bei den normalen maracujas da warten wir ja normalerweise immer bis die bisschen verschrumpelt sind dann sind die auf jeden fall immer reif hier bei der ja ich lasse sie einfach mal liegen dann schauen wir was daraus wird das hat ja ein bisschen paar spuren vom herunterfallen das macht aber nichts und ja hier genau die große kaki die rojo brillante die wird richtig schön orange und auch schon etwas etwas weich aber trotzdem noch viel zu hart zum ernten und ja kaki sind nicht winter hat oder nicht immer grün muss man sagen deshalb verliert ihr hier alle blätter hier und genau kurzes update zur riesen passions frucht hier zur riesen maracuja und ja wir sehen uns wieder wenn ich die anschneid in circa einer woche würde ich sagen bis dann macht's gut hallo ihr lieben so es ist soweit ich habe die maracuja aufgeschnitten die passiflora quadrangularis die ist jetzt mit sicherheit noch zwei wochen lang gelegen und ja ich habe eigentlich gedacht die ist nicht reif weil draußen ist es richtig richtig kalt wir haben gerade ja ungefähr minus 10 grad bei uns und ja ich habe eigentlich gedacht die ist nicht reif das war einfach der falsche zeitpunkt ja die hat ja geblüht im spätsommer und ist so schnell gewachsen und ja meiner meinung nach sollte die im frühjahr blühen wobei die die passionsblumen auch die passiflora edulis die blüht jetzt bei minus 10 grad hat zum gewächslos natürlich nicht aber irgendwie blüht die das ganze jahr ja und ich habe die hier aufgeschnitten und ich wollte ich schon fast wegwerfen und dann habe ich gedacht man ich probiere die magschwind und ja schaut mal wie die aussieht also die ist erstens mal extrem groß extrem schwer ihr habt schon gesehen und schaut euch mal das fruchtfleisch hier drin an sieht aus wie eine große maracuja ja das ist auch die größte der welt glaube ich sogar und ich habe schon probiert ja ich wollte euch nur eine story machen bzw ein bild aber ich habe gedacht kommt macht euch macht euch schnell ein video und ich habe schon probiert ich probiere noch mal geschwind herrlich so lecker schmeckt wie eine maracuja aber anders schmeckt noch mehr nach ananas finde ich extrem extrem süß die kerne sind etwas arg bitter die esse ich bei der normalen maracuja immer mit hier sind sie ein bisschen auch bitter ich weiß nicht ob vielleicht sind die noch nicht ganz reif aber sie schmeckt fantastisch ja das kommt jetzt hier in ein sieb mit ein bisschen wasser wird verrührt und dann mache ich da auf jeden fall eine leckere maracuja schorle daraus ganz kurzes update zur passiflora quadrangularis die erste frucht und ja das ist massiv das teil es hängt glaube ich noch drei oder vier dran muss ich mal schauen wenn ich jetzt weiß dass die hier reif werden wenn ich die liegen lasse man sieht auch die ist hier ein bisschen orange gelb hier geworden dann werde ich die jetzt auf jeden fall ernten bevor die noch kaputt gehen weil im gewächshaus hat es gerade ja gerade mal so drei grad und deshalb werde ich die auf jeden fall bald holen das war's zum update video macht's gut ciao